Kannst nicht glauben, aber ich habe mir heute mein erstes Tattoo stechen lassen. Das Schlimmste ist, meine Eltern wussten nichts davon. Meine Mutter dachte, ich gehe einfach nur shoppen, aber ich bin dann einfach mal zum Tattoo-Laden gegangen. Dort musste ich dann vier Seiten ausfüllen. Dann ging es auch schon ans Motiv. Ich habe mir ein Herz tätowieren lassen. Dann wurde erstmal die Stelle rasiert und dann ging es auch schon los. Ich muss sagen, es war übel unangenehm und ich habe am Anfang ein bisschen hyperventiliert, weil ich irgendwie so Angst hatte, aber im Endeffekt war es gar nicht so schlimm. Mein erstes Tattoo ist voll schön geworden. Dann wurde es noch in Folie eingewickelt und eine meiner engsten Freundinnen, die dabei war, hat sich genau das gleiche Tattoo stechen lassen. Das heißt, wir haben jetzt ein Freundschafts-Tattoo, aber jetzt muss ich es meiner Mama sagen. Ich bin gerade in unserem Bad. Ich habe mir ein Tattoo stechen lassen und meine Familie weiß nichts davon. Ich bin gespannt, wie sie darauf reagieren. Oh Gott, ich habe so Angst. Mama, ich muss dir was sagen. Ich habe es gesehen in deiner Insta-Story. Ich bin ja nicht blöd. Hä? Ich stoppe dich, Dreck. Süß. Aber es reicht jetzt, gell? Guck mal. Was ist denn das? Das ist ein Tattoo. Ach, du liebe Zeit. Schön. Erst ach, du liebe Zeit und dann schön? Ja. Begeistert bin ich nicht. Warum? Es ist ein Tattoo. Ja und? Ist doch schön. Du fue mi T scaf! Du hast keine Leute gesehen. Du hast keine Leute gesehen. Du hast keine Leute gesehen. Untertitelung des ZDF, 2020